Nein, 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 zum Schlüpftag viel Glück, zum Schlüpftag viel Glück, lieber Timothy Weizen-Elergie mag keine Clowns, oh ha, zum Schlüpftag viel Glück. Das bin ich, Red. Seit meiner Kindheit hab ich nie irgendwo dazugehört. Keiner versteht mich. Schön mit dir zu plaudern. Mir scheint, wir haben's hier mit einem wiederkegelnden Problem zu tun. Wut. Ich finde ja nicht, dass ich ein Wutproblem hab, du hast ein Wutproblem. Ist dir eigentlich klar, dass du mit deiner Robe keinem was vormachst? Ah, Brüller! Oh mein Gott! Der Kaspas, was ist das für ein Ding? Grüße aus der Welt der Schweine. Kommt euch da nicht irgendwas verdächtig vor? Ich schwör's euch, irgendwas ist hier im Busch. Deine Meinung interessiert niemanden. Knabbel, Flügel, Nüsse. Lief wie geschmiert. Für mich. Die Schweine stehen unter Eier. Kurs auf die Schweineinsel. Du wusstest es, aber wir haben nicht auf dich gehört. Was sollen wir jetzt machen? Da sind sie hingefahren. Und genau da fahren auch wir hin. Jetzt ist Chunk-Time! Wir holen unsere Kinder zurück. Ich bitte euch, wir sind Vögel. Wir stammen von Dinosauriern. Ab seit wann müssen wir denn nett sein? Heiliger Windwaffe. Gut. Sehr gut. Wer ist wütend? Abflug! Wer schon wieder? Bum, ihr Schweine! Na, das ist ja ein Ding. Sie schießt Feuerbälle aus dem Popo. Ich hoffe doch, du sorglich, legt euch nicht mit mir an! Schweine Luftwaffe zum Einsatz! Er kommt zurück. Du Kerl! Äh, haben wir gewonnen. Holt jemand einen Eisbeutel für Helm? Sanni! Macht genauso wie... Ich war doch nicht so frei! Jack, ich tu das! Das ist das Haus des Horrors! Oh mein Gott! Ich? Ich bin der Letzte, der hier sein sollte. Ein simpler Strafzettel. Der Richter sagt, ich werde zu schnell gefahren. Ich sag, euer Ehren. Ehrlich gesagt, das bin ich. Mein einziges Problem. Du hast das letzte Mal eine ganz andere Geschichte erzählt. Go! Das ist die... 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 Die Runde geht auf mich! Chuck! Okay, vielleicht war es doch keine Eiscreme. Nicht vergessen, das Ziel ist das Schloss. Landet in dem Schloss. Wer will der Erste sein? Oh ja! Ich, ich, ich! Hey, sehr gut. Mathildchen. Immer in die Walbe. Einsteigen bitte. Flügel, Beine und Schnabel nicht aus der Schleuder raushängen. Ach schon! Lassen. Ja, ja. Abflug! Und eins und wo! Ich komme, ihr Speckschwarzen! Luft! Und jetzt! Bumm, ihr Schweine! Bumm! Meiner Lehrerin schießen Feuerbälle aus dem Popo. Mach alles ganz genauso, wie du's bei... Ich war noch nicht so weit! Schneller! Fertig! Chuck, bist du das? Das ist das Haus des Horrors. Nein, keine Umarmung. Brüder! Oh no. Wie geht's dir, Susi? Geht's dir gut? Nicht rennen, nicht rennen. Nee, ne? Hey, meine Kleine schon brav, ihr Mittagsschläfchen. Oh Mann. Schon mal an die Antivögelpille gedacht? Links, rechts, links, rechts. Da geht's auch. Aua. Aufraun! Aufraun! Hi Red, wie geht's dir? Oh, mir geht's furchtbar. Mr. Red, mir scheint, wir haben es hier mit einem wiederkehrenden Problem zu tun. Gut. Bin ich ein leidenschaftlicher Vogel? Ja. Ist doch egal, dass wir nicht gleich sind. Ja, das hab ich verdient. Schnell, da kommt was. Ich grüße euch. Ich bin ein Schwein. Was ist ein Schwein? Ist es das, was ich denke, dass es ist? Entschuldigung, die sind zerbrechlich. Gehör nicht euch. Du bist nicht sonderlich nett zu unserem Gast. Und du stellst nicht die richtigen Fragen. Jetzt wird's ein bisschen schräg. Die ganze Welt ist in Gefahr. Und es liegt an uns, sie zu stoppen. Atoon! Schnabel! Schnüsse! Oh mein Gott. Wenn irgendjemand weiß, was die Schweine vorhaben, dann ist es der mächtige Adler. Wow! Der See des Wissens des mächtigen Adlers. Nicht in seinen Mund spucken. Nicht zurückspucken. Schluck es nicht runter. Oh wow. Er ist es. Furchtbare Wendung der Ereignisse. Furchtbar. Wenn's den mächtigen Adler wirklich gibt, wie kann es sein, dass wir nie seinen Kampfschrei hören? Das weiß ich nicht. Haben wir doch vielleicht. Wie könnte sich der mächtige Adler-Kampfschrei ansehen? Ich glaube, ich hab da so eine Ahnung. Vielleicht sowas wie, äh... Nein, ich wette, er macht... Also nur theoretisch gesehen. Also ein bisschen schafflich. Nein, ich glaube, der macht das ein bisschen hintergründiger. Einfach ein bisschen majestätischer. Hallo, Welt! Hör euch! Hör mit diesem mächtigen Adler-Geschrei auf! Boah, was für ein Kindergarten. Die reinsten Schreibabys. Da hat jemand ein Wutproblem.